haben wir hier tomaten auf den augen gehabt oder was war da los so wir haben jetzt frost ich kann mich aber an keine bestimmte wasserstelle erinnern die wir jetzt irgendwie verpasst haben wo man frost hätte einsetzen können also ich habe jetzt gerade kein bedürfnis danach nochmal zurück zu laufen weil wir frost haben vielleicht verpassen wir wieder was ich weiß nicht genau aber wir laufen jetzt nicht zurück auf nach colima haben die da cool in colima das wäre ziemlich cool das sind coole leute hier okay ich habe genug cool gesagt das ist colima das dorf der holzfäller die ganze welt soll es hören stimmt dieses colima genau er hat den gedanken gesagt wenn er jemandem was sagen könnte würde er sagen dass das hier colima ist wenn es keine arbeit mehr gibt wird colima wieder zu einem ruhigen kleinen dorf werden ich habe gehört dass der koi die arbeiten am palast eingestellt hat wenn es keine arbeit mehr gibt werden die werden alle holzfäller wieder fortgehen wir kommen in unserem haus ach so das ist das in wollen wir jetzt nicht es ist hier total in aber seit jahren bin ich schon holzfäller aber so etwas habe ich noch nie gesehen ich glaube ich gehe wieder nach hause zu meiner familien e mail kurzer eintrag ins lärmprotokoll und und Untertitelung. BR 2018 Und weiter geht's. Habe ich das schon gesagt? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich gehe wieder nach Hause zu meiner Familien-E-Mail. Dann kannst du ja Mia grüßen. Wie wüsstest du denn erkennen? Ich bin nur ein Händler, aber weil ich gerade hier war, wurde auch ich in einen Baum verwandelt. Jetzt, wo ich wieder ein Mensch bin, gehe ich Xian südlich des Lusses. Habe ich es nicht gelesen? Oder hat er einen? Ach so, da stand er letztes Mal wahrscheinlich im Weg. Ich kann mich an irgendwen erinnern, der irgendwo im Weg stand und wir an einen Topf nicht rankamen. Ich wollte nochmal alle Häuser durchsuchen, aber wahrscheinlich war der da jetzt da. Im Weg. Wir schauen uns trotzdem zur Sicherheit nochmal die anderen an. Vielleicht hat er zwischenzeitlich irgendwer mal irgendwo was reingepackt. Der Wald ist die Grundlage unserer Existenz und dennoch haben wir den heiligen Baum verletzt. Vielleicht gelingt es uns, die Harmonie des Waldes wieder herzustellen. Ne, das ist uns gelungen, nicht euch. Weißt du, wenn man ein Baum ist, hat man viel Zeit, um nachzudenken. Ja, und? Irgendwelche Erkenntnisse gewonnen oder Artefakte momentan? Ja, nicht viele, aber das muss doch heißen, ihr habt was. So, wir vergessen jetzt nicht wieder, bei Gare zu verkaufen. Baumwollhemd. Von den Baumwollpflückern. So, wie viel kann ich anbieten? Vier. Ja, bitte. Und Schlaffbombe. Für die Schlaffen. Ja, bitte. Und Gegengift. Wir haben Mia. Sie ist ein wandelndes Gegengift. Das langt. So, das Glücksmedaillon kann noch rüber zu mir. So. Geben. Blup. So, Mia hat jetzt wieder eine leere Flasche. Wir laufen jetzt aber nicht nochmal nach Ibel zurück. Wir verkaufen jetzt einfach mal diese komische leere Flasche. 750. Das ist doch ordentlich. Ja. Nehme ich an. Nö. Artefakte. Leere Flasche. 1000. Okay, wir können sie wieder kaufen. Jetzt hat sie auch endlich Artefakt. Äh, Artefaktil wollte ich schon sagen. Sie hat endlich Artefakt. Ein Artefakt. Das, was wir ihr verkauft haben. Man darf den Dorfbewohnern nicht die Schulter vergeben, in McCoys Geld in Versuchung geführt zu werden. Jeder wäre von so einer gewaltigen Summe in Versuchung geführt worden. Ja, wir auch. Stehen auf Geld. Papi hat mir sein Geheimnis verraten. Was für ein Geheimnis? Cody Margaretit. Wow, dafür würde ich euch gerne ein Geheimnis verraten. Aber ich werde es trotzdem nicht tun. Was bist du denn für ein Assi? Es ist viel zu gut, um es zu verraten. Du hast doch gesoffen. Mein Mann scheint etwas vor mir zu verbergen. Ja, ein Geheimnis vielleicht. Mann, Mann, Mann. War ja ihr Mann. Als diese Funken vom Himmel fielen, wurde ich in einen Baum verwandelt. Na, sowas. Dann warst du Bäumelinchen, oder was? So, Artefakte. Gibt nichts Neues. Vom Westen nichts Neues. Breitschwert, Jägerschwert. Breitaxt ist neu. Ist sogar stärker als unser Elfenrapier. Aber es kann nicht aufheulen. Deswegen kriegt nur... Kriegt Garret eins? Nee, Garret kriegt keins. Wir finden bestimmt bald wieder eine Waffe. Wieso gehen wir dann raus? Und dann kriegt er bestimmt wieder unser Char. Die Waffe... Genau, er hier war im Weg. Wir wollen an den Topf. Alte, verschwinde. Große, starke Krieger mit langen Bärten haben Kurlimar vom Fluch bereit. Hä? Wieso denn mit langen Bärten? Wenn ihr sie trefft, sagt ihnen, dass wir sehr dankbar sind. Wir waren das. Kusch dich jetzt mal. Wir wollen zum Topf. Alte, geh doch drauf. Dann können wir zum Topf. Wenn da nichts drin ist, dann werden wir dich einäschern. Und zwar in dem Topf. Mann, Mann, Mann. Na, Frankensteins Axt. Ich werde... Äh, Frankensteins Axt. Frankensteins Monster. Nie wieder werde ich meine Axt anfassen. Eine Axt anfassen. Papa, wie sollen wir Essen kaufen, wenn du nicht arbeitest? Nicht mal. Papa, mach doch mal. Papa, willst du denn nicht wieder ein Holzfäller werden? Papa. Papa. Jetzt mach schon. Fell treht, damit er dich treten kann. Beim Fallen. Okay, ich glaube, wir haben hier mit allen geredet. Außer mit denen hinter dem Tresen. Wenn wir uns hätten hinter den Tresen begeben. Aber nö, wozu? Ich glaube, da erfahren wir jetzt auch nicht mehr. So. Auf zur Bridge. Ja, da. Ja, da. Und sie da. Ja, da. Ja, da. Ja, da. Ja, da. So. Zombie sind tot. Jo, er ist auch entbaumt. Ob sie... Ob sie die Brücke überqueren wollen? Ja, wir haben genickt. Oh, klar. Kommt nur. Ja, wir kommen gerne. Aber nicht mit dir. Hallo. Für eine Weile dachte ich schon, dass niemand mehr diese Brücke überqueren würde. Genießt die Idee der Überquerung, denn es könnte eure Letzte sein. Hast du das wirklich gedacht? Ihr könnt das nicht verstehen, aber für mich ist es eine wahre Freude, die Brücke zu überqueren. Warum hast du Opfer sie eigentlich überhaupt hochgezogen? Wir hätten schon längst viel weiter sein können. So, hier, Büsche und so. Ist da ein Gin drin? Ihr wollt ein Ginny? Nein. Maulwurf, okay. Die werfen mit ihren Mäulern. Äh, Fieber? Fieberglas? Öh. Schauen wir einfach mal, ob Tundra ausreicht, um auch die Maulwürfe jetzt noch mitzutöten, nachdem sie einen harten Schlag gefressen haben. Okay, der Schleim ist weg nach Nabue. Der Maulwurf ist weg. Und der Maulwurf ist auch weg. Und Feuer ist das kritische Element. Oh, wir haben einen Schaden gefressen. Das ist hart. Bitte töte uns nicht. 141 EP. Das ist gewaltig. Finde ich. Dafür, dass wir so einfaches Spiel mit denen hatten. Ähm, ja. Weltkarte. Oh. Schon wieder verklickt. Okay, da war kein Gin drin. Da in dem kleinen Buschilder bestimmt auch nicht. Also, ich weiß noch, es gab auf der Wildkarte Djinns. Man musste sie einfach irgendwie so in so Gras behüllen oder auf Inseln finden. Ich weiß, ich hab's jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber... Irgendwann müssen wir doch dann auch mal welche finden. So. Bär ist tot. Reißzahn. Grizzly. Bär. Bär to be alive. Kieselfieber. Böe. Geysir. Wir haben den Geysir nicht vergessen. Alles voller Schlamm hier. Kiesel. Fieber. Böe. Geysir. Jeder kriegt einen. Sehr schön. Böe hat zweimal zugeschlagen. Das könnte sein, dass wir alle mit einem Mal weghauen. Nee, Mia war nicht stark genug. Schade. Klebschlein. So, gleich wieder um die Gins kümmern. Zack, 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 zack. Zack. Meine qui. Doku, Pfüschlein. hypothèse, färg. Tpæ, zack! Tpæ, zack damit. Naja! Das war. Und weiter geht's. Ups, falscher Knopf. Wir wollten mit B laufen, genau. Ist hier ein Gin drin? Ja, ich gebe nicht auf. So, komm jetzt. Wo sind die Gegner? Da sind sie. Echsenmann. Okay, ist jetzt keine größere Herausforderung als im Leuchtturm. Ja, okay. Minimal größer. Mia ist minimal schwächer als im Leuchtturm. Aber das passt schon. Im Moment fällt die Attacke, aber der ist wahrscheinlich sowieso tot, der andere nur nicht. Genau. Wassersägen. Ja, schön, dass du uns segnest. Du tauchst uns auf den Namen Sky, oder wie? Angriff. Ivan ist Level 13 und hat nichts gelernt. Ist ja üblich. Der hat in den ganzen Leveln, die er jetzt gemacht hat, erst eine Technik gelernt. Das ist, finde ich, ziemlich wenig. So, da können wir gleich reingehen. Wir schauen erst mal noch hier. Ui, jetzt sind schon drei Echsenmänner. Kiesel. Fieber. Böe. Und Geysir. Wenn Ivan jetzt zweimal zuschlägt, sind wahrscheinlich zwei Echsenmänner tot. Sehr schön. Genauso wollten wir das sehen. Und den letzten kriegen wir dann wahrscheinlich auch mit Auto nichts kaputt. Jawohl. Kritisches Element. ganz genau so. Okay, Ivan müssen wir gleich heilen nach dem Kampf. Auf jeden Fall. Wir schmettern ihn weg und kritten ihn weg. Volle Lunte. Ja, es läuft. Einmal heilen, bitte. Ivan, den Schrecklichen. Und dann, nein, nicht die Karte. Die Jins. Der da und der da. So, okay. Da ist nichts weiter. Da ist ein Wald. Okay, wir gehen erstmal in den Ort. Tempel von Fuhrin. Hallo. Wie seid ihr hierher gekommen? Ist die Brücke wieder geöffnet? Ja. Wirklich? Dann kann ich jetzt wieder zurück nach Kolima. Hast du ein Glück gehabt, dass du nicht da warst? Ich dachte, wegen des Fluss würde ich meine Heimat nie wiedersehen. Tja, das ist vorbei. Hey, weg da. Edelsteine vom Himmel, blaue Lichter im Norden, alles Zeichen eines nahenden Desasters. Sie passen zu den Legenden der Vernichtungen, die in unseren alten Schriftrollen aufgezeichnet sind. Ohm, ohm, blaue Lichter im Norden, erschreckend, ein Regen zerbrochener Sterne, plötzlich entsteht ein Wald, so viele Ohmen. Was bist du denn für einer? Denkst du auch nochmal? Viele Sterne fielen vom Himmel, genau wie es in den Schriften steht. Es ist wahrlich ein Zeichen, dass die Welt zerstört werden wird. Na siehst du, du kannst doch vernünftig denken, warum sprichst du nicht vernünftig? Er sieht auch bescheuert aus, was denkt er? Es hat keinen Sinn zu trainieren, wenn die Welt zerstört werden wird. Vielleicht ist es besser einfach, sein Leben zu genießen. Aber man weiß ja nicht, ob die Welt zerstört werden wird. Nyonpa hat seit Tagen nichts gegessen. Er wird amagern, bis er keinen Schatten mehr wirft. Wer ist Nyonpa? Ich kann mir nicht vorstellen, zu fasten. Allein wenn ich daran denke, bekomme ich schon Depressionen. Da übermacht man keine Scherze, Schönes Kind. Ist es nicht ein nobler Zug von ihm, zu versuchen, die Welt zu retten, indem er die Erleuchtung anstrebt? Nein. Weißt du überhaupt, was du da sagst? Nein. Um die Erleuchtung zu erlangen, muss man Fasten und Körper und Geist zu reinigen. Hat man sich von allen weltlichen Bedürfnissen befreit, kann man die Kräfte des Geistes fokussieren? Äh, nein. Weißt du überhaupt, was du da sagst? Ja. Nun, es mag viele verschiedene Meinungen auf dieser Welt geben, aber ich wünschte, ihr würdet unseren Glauben verstehen. Ja, es ist ein nobler Zug. Auf jeden Fall will ich nicht sehen, wie sich Nyonpa selbst opfert. Okay. Nur bei Nein quatscht du so viel, oder wie? Willkommen, müde Wanderer, wie kann ich euch dienen? Indem wir deine Gedanken lesen. Wenn ich schon hier bin, möchte ich die Geheimnisse des Fuchintempel erfahren, aber das wird nicht geschehen, bevor ich mich nicht intensiven Training unterziehe. da ist ein Synergy Stein. Ja komm, heilen wir nochmal voll. Der wird nicht grundlos da liegen, dann speichern wir auch gleich nochmal. Okay, hinterm Haus ist nichts. So, wir haben einen Synergy Stein, alle PP sind aufgefüllt. Speicheln. Ja, bitte. rein ins Vergnügen. Okay. Können wir ihn plündern, während er da nichts mitkriegt? Oh ja, ein Einhornring, cool. Wir haben ihn ausgeraubt. Halt im Kampf Vergiftung, okay. Ja. Garret, ich meine, finde ich jetzt nicht sehr berauschend, den Ring. Aber solange wir einen Ringplatz frei haben, warum nicht? Hallo. Er Punkte darum. Okay. Wer ist das? Wer spricht zu meinem Geist? Nein, wir lesen nicht, wir sprechen nicht, wir lesen. Junger Meister, war es deine Stimme, die mein Geist eben vernahm? Nein. Lüge mich nicht. Doch. Oh, er kann auch Geistleser. Ich wusste es. Du folgst ihnen, nicht wahr? Ähm, nein. Er glaubt uns nicht. Du lügst, in der Tat folgst du ihnen. Doch ihr müsst den endlosen Wald von Mogal durchqueren. Der Wald selbst ist ein lebendes Geheimnis und seine Pfade sind verschlungen. Kein gewöhnlicher Mensch kann ihn durchqueren. Dann ist es ja gut, dass wir nicht gewöhnlich sind. Aber ihr könnt es schaffen, junge Meister. Ja, natürlich. Wenn ihr die Aufgaben der Wasserfallgrotte lösen könnt, werde ich euch sagen, was zu tun ist. Okay. Eine Lustgrotte. Wollt ihr den Test auf euch nehmen? Unbedingt. Keine Sorge, man wird euch in die Grotte einlassen. Wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Geh jetzt, Sky. Vergisst nicht. Achso, er kennt uns. Er hat uns auf YouTube schon abonniert. Vergisst nicht, ihr seid nicht die Einzigen, die Gedanken lesen können. Ja, na sowas.